Nach einem anstrengenden Arbeitstag kam ich nach Hause und begann zu kochen. Während ich in der Küche war, sprang meine Katze immer wieder auf die Spüle. Es war unsicher und unhygienisch, also schimpfte ich mit der Katze. Normalerweise hörte es zu, aber an diesem Tag ignorierte es mich völlig. Frustriert tat ich impulsiv so, als würde ich der Katze auf den Kopf schlagen. Überraschenderweise lehnte sich die Katze freudig in meiner Hand. Ah, mir wurde klar, dass diese kleine Katze, die ich seit ihrer Geburt auf den Arm genommen und großgezogen hatte, noch nie zuvor geschlagen worden war. Immer wenn sich meine Hand dem Kopf der Katze nährte, dachte meine Katze, sie würde sanft gestreichelt werden. Als ich das bemerkte, kamen mir die Tränen. Ich unterbrach das Kochen, setzte die Katze auf meinen Schoß und streichelte sie eine Weile. Die Katze schien zufrieden zu sein und begann sich ruhig zu entspannen. Ich mache mir oft Sorgen, ob diese kleine Katze, die sich jetzt wohl fühlt, wirklich glücklich ist, seit ich sie gerettet und großgezogen habe. Zumindest erfreue ich mich jedoch an meiner Katze. Mein eigenes Glück muss zum Glück meiner Katze beitragen. Also lebe bitte für immer zusammen. Amen. Vielen Dank.